Ich starte jetzt mit dem zweiten, also mit dem ersten Vortrag. Wir haben zwei Vorträge, auch das ist eine Neuigkeit für uns, sonst haben wir meinen Vortrag. Und Sven Jüngen haben sich schon mal erlebt in diesen spontanen Einsätzen. Und da haben wir Podiumsdiskussionen. Wir Mitarbeiter und der SNFB hatten dann die Gelegenheit, Sven Jüngen schon gestern kennenzulernen. Und ich schon viel eher und ich kann sagen, wir haben schon abgemacht, dass du dich selbst vorstellst. Ich fand die Zusammenarbeit vom Anfang an sehr, sehr angenehm. Wir haben uns heute mal darüber unterhalten, dass nach so einer Zusammenarbeit auch sehr angenehm ist. Es ist auch die Tatsache, dass man merkt, dass die Sprache gleich ist im Sinne von klar, konkret. Und das verspreche ich mir auch von diesem Vortrag, dass es nie so abstrakt ist. Wie bitte? Du kommst aus Stuttgart, seit gestern angereist in Hannover und fühlst dich ruhig mit uns. Und was hast du mitgebracht? Zu dir, zu deiner Person und einmal deinen Vortrag. Sehr gerne. Vielen Dank. Ich glaube, es ist ganz schön mutig, mich einzuladen. Vor allen Dingen als Exot. Ich bin keine Frau. Komme nicht aus Niedersachsen. Bin kein Fachberater. Trotzdem habe ich die Hoffnung, ein bisschen was beizutragen und würde mich einfach direkt am Anfang mit vorstellen. Dann setze ich mich schon mal ein bisschen was raus. Genau, prima. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne ein paar Vorbemerkungen machen, damit das, was ich vorstelle, auf ein gutes Fundament fällt. Ich würde gerne mein Verständnis von Systemen vorstellen, ein bisschen was zu sagen, wie ich ein System verstehe und mich dabei auch direkt vorstellen wollen. Dann folgen drei Teile, die vielleicht schon in der Überschrift zu erkennen waren. Das erste ist Fortführen. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne mal so Extreme aufspannen. Und der erste Teil wird sich damit beschäftigen, wie wäre es eigentlich, wenn man vielleicht doch vererben und ersetzen könnte und jemand das so möglichst nahtlos weitermachen kann. Und wenn das nicht geht, wo sollte das denn möglichst gut passieren? Wo sollte man den Faden aufgreifen können? Der zweite Teil ist der Gegenpart, das Umdenken zu sagen, na, vielleicht ist ja jeder Wechsel auch eine Chance, etwas ganz anders zu machen. Und da würde ich gerne auch mal mit Ihnen gemeinsam drauf schauen und auch überlegen, das möchte ich schon am Anfang direkt sagen, warum das nicht bedeutet, dass alles, was vorher war, schlecht war. Ja, das hat mir gut gefallen, die Aussage, ich muss loslassen können. Und das höre ich eigentlich immer wieder bei Veränderungsprojekten, Sie vielleicht auch in Organisationen, wir möchten etwas anders machen oder wir müssen etwas anders machen. Und dann kommt die Aussage, ja, ist denn all das, was wir bisher gemacht haben, falsch gewesen? Nein, überhaupt nicht. Da würde ich gerne im zweiten Teil mal drauf schauen, warum anders machen auch andere Gründe haben könnte. Und der dritte Teil ist eine Einladung, gemeinsam mal so einen Übergabeprozess anzuschauen. Und ich hoffe, ich habe ein paar Ideen mit, wie das nicht das klassische Einstellungsverfahren ist, sondern was man vielleicht alternativ auch denken kann. Also mit Neuausrichten ist so dieser Prozess der Stellenbesetzung, des Suchens, des Findens bei mir im Vortrag gemeint. Ich würde mit einer Zusammenfassung abschließen, aber das ist so der Weg, den ich gehen möchte. Okay? Wir fangen vielleicht mit einem an. Genau, das spielen wir mal zusammen durch. Ich weiß nicht, wer ChatGBT schon mal genutzt hat in der Arbeit. Echt? Ja, das ist ja. Also ich habe das getestet, weil ich habe ja eigentlich keine Ahnung von Fachberatung. Und ich habe meine Frage, was ist bei der Nachfolge einer Fachberatung von Kindertageseinrichtungen zu beachten, in ChatGBT eingegeben. Und ich finde, der spuckt da nicht so dumme Sachen raus. Aber all das, was der kann, das werde ich nicht erzählen, weil das können Sie, könnt ihr selber machen. Also ich werde versuchen, irgendwas anderes Gutes zu finden. Trotzdem ist das, glaube ich... Das sind Sachen bei dir, die wahrscheinlich Sinn machen, oder? Es braucht eine gute Einarbeitungszeit, Kontinuität muss gewährleistet sein, Feedback und Anpassen, Abschied und Wertschätzung. Also selbst so ein Thema wie Wertschätzung, was mir sehr am Herzen liegt, kann ChatGBT sehr gut. Also ich werde versuchen, etwas zu sagen, was nicht im Netz irgendwo einfach zu finden und per Knopfdruck oder KI zu reproduzieren ist. Ich habe versprochen oder angekündigt, ich nehme sie euch mit in mein Verständnis von Systemen und ich beschäftige mich jetzt seit 20 Jahren mit Organisationen. Und wer so ein bisschen in die Vergangenheit der Organisationswissenschaft schaut, der wird viel Mechanisches finden. Also ihr kennt so Bilder im QM mit Zahnrädern, die ineinandergreifen. Es ist alles so ein mechanistisches Organisationsverständnis, was dem zugrunde liegt. Und ich glaube, wenn wir verstehen wollen, was hält eigentlich ein System am Leben, dann sind es nicht die Baupläne der Technik, die uns weiterhelfen, sondern ich glaube, es sind die Prinzipien des Lebens, die uns Orientierung bieten. Gerade wenn die Welt immer schneller und komplexer wird. VUCA ist wahrscheinlich ein feststehender Begriff inzwischen. Ich glaube, dass die Anforderungen heute mit vor 20 Jahren nicht mehr zu vergleichen sind, dass sich da viel tut. Und umso mehr sollten wir von dem lernen, von der Natur, den Bauplänen der Natur, weil die sind in der Lage, extrem hohe Komplexität zu meistern. Und die meisten Maschinen, die streiken irgendwann, wenn es zu komplex wird. Die Baupläne der Natur. Ich habe sie für mich mal mit diesen sechs Bildern mitgebracht, auf Organisationen interpretiert und übertragen. Und ich hoffe, dass da schon ein erster wichtiger Impuls dabei ist. Ich würde sagen, wenn eine Einrichtung zum Beispiel oder auch Sie in der Fachberatung lebensfähig sein wollen oder auch das NIFB lebensfähig sein soll, langfähig, langfristig, dann braucht es auf jeden Fall eine eigene Identität. Herausforderung ist, eine Identität zu gestalten. Wenn ich nicht weiß, was unterscheidet mich eigentlich von anderen, ist es schwer, zukunftsfähig und lebensfähig zu sein. Nutzen stiften ist die Grundlage einer Organisation der gemeinsamen Zweck. Worum geht es eigentlich bei uns? Und das Nutzen-Denken und am Nutzen-Orientieren versuche ich sehr konsequent zu tun und deswegen auch die Nachfolgeüberlegungen von den Einrichtungen her zu denken. Weil es kann sein, dass ein Träger oder auch eine freie Fachberatung Nachfolge gut organisiert bekommt und alle zufrieden sind und wertgeschätzt sind, aber dass es in der Einrichtung trotzdem nicht rund läuft. Und das ist aber für mich die entscheidende Frage. Ich hoffe, ich bin nicht zu frech, gar nicht so, ob es Ihnen oder Euch gut geht damit, sondern die Frage ist aus meiner Sicht, welchen Beitrag leisten wir den Einrichtungen und wie geht es dort weiter? Wie gelingt das? Und das ist unter anderem mit dieser Nutzen-Perspektive gemeint, ganz konsequent zu überlegen, was ist der Beitrag, der dadurch möglich wird, was können wir damit unterstützen? Ich glaube, Lernen und Entwicklung ist total wichtig. Ein System, was nicht lernen kann in der Natur, wenn sich die Natur verändert, das werden wir uns im zweiten Teil meines Vortrags auch nochmal anschauen, dann gehören Lernprozesse dazu, um sich auch anpassen zu können, um mit veränderten Rahmenbedingungen umgehen zu können und das Thema erneuern. Lernen versuche ich von der Begrifflichkeit in der Psychologie oder Pädagogik nicht ganz sauber, aber Lernen würde ich sagen, das Gleiche, was wir bisher tun, aber cleverer, schlauer, besser. Und damit abzugrenzen von Erneuern zu sagen, wir müssen vielleicht ganz andere Dinge tun. Und auch das steht in Organisationen an. Es gibt die berühmten Beispiele, wer noch Digital-Fotografie mit der analogen Fotografie vergleicht, wird verstehen, warum eine Firma wie Kodak die Erneuerung nicht geschaffen hat, oder geschafft hat und jetzt heute so auch nicht mehr existiert. Die Marke gibt es zwar noch, aber das Unternehmen, was eigentlich Weltmarktführer war bei Filmfotografie, hat diese Erneuerung nicht geschafft. Und das ist die Frage, wie erkennen wir die Signale da draußen, dass Erneuerung vielleicht auch notwendig ist, Dinge anders zu denken, zu verstehen, zu interpretieren und weiterzuentwickeln. Es gibt eine fünfte Funktion, die ich unterstützen meine. In Unternehmen gibt es wahrscheinlich nicht überall an jeder Stelle eine eigene Buchhaltung, eine eigene Personalverwaltung, sondern es gilt, Dinge, die vielleicht nicht direkten Nutzen stiften, zu bündeln und möglichst effizient auszugestalten. Das ist das, was ich mit unterstützen meine. Und am Schluss kommt das Thema orientieren. Und das ist eine Funktion, die mir auch sehr am Herzen liegt, weil es um die Frage geht, wie viel investiere ich denn von meinen, in Klammern, immer begrenzten und wahrscheinlich immer zu wenigen Ressourcen in welches Thema. Ich habe eben so ein bisschen frech gesagt, mit der Spezialisierung weiß ich noch nicht. Aber mit jeder Spezialisierung, mit jedem Spezialthema ist ja die Frage, welche Ressourcen können jetzt in der Einrichtung auf dieses Thema gesetzt werden. Und das ist für mich Orientierungsfunktion. Wie viel Zeit, wie viel Aufmerksamkeit und auch ein Gefühl zu haben, was steht jetzt eigentlich an in dieser Einrichtung? Also ist das ein nächster sinnvoller Schritt oder ist das eigentlich schon eine Überforderung, weil ich zwei Schritte zu weit bin? Das ist mein Verständnis. Ich werde im ersten Teil beim Thema Identität gleich tiefer einsteigen und beim zweiten Teil beim Thema Erneuern einsteigen und die anderen Dimensionen ein bisschen zurückzustellen. Ein System setzt sich immer zusammen aus unterschiedlichen Elementen. Das ist, glaube ich, Allgemeinwissen. Was ich interessant finde, ist, dass die Eigenschaften eines Systems nicht erklärbar sind ausschließlich über die Eigenschaften der einzelnen Elemente. Sondern ich muss mir die Wechselbeziehung anschauen. Ich muss mir die Beziehung anschauen. Das ist im technischen System so, das ist im natürlichen System so und das ist auch im sozialen System so. Und gerade in sozialen Systemen heißt das das, was ich eben schon mal in der Podiumsdiskussion eingebracht habe. Ich glaube, es geht am Ende immer auch um Beziehung. Deswegen glaube ich auch, dass vieles nicht einfach vererbt werden kann, weil eine Beziehung abhängt von den jeweiligen Personen, die eine Beziehung miteinander haben. Wenn wir uns jetzt ganz gut verstanden haben, kann ich nicht sagen, du wirst krank und das geht automatisch alles über an dich. Das wird nicht funktionieren. Ich kann natürlich ein Beziehungsangebot machen und ich kann Übergänge versuchen zu gestalten. Aber ich glaube, das einfach zu vererben, das wird nicht gehen. Gut, das sind meine Vorbemerkungen, damit ihr ein bisschen einordnen könnt, damit Sie einordnen können, worauf ich aufbaue. Ich würde mit dem Fortführen starten wollen. Und ich habe mehrere Nachfolgeprozesse, die ich in Industrie oder auch in sozialen Einrichtungen begleiten durfte schon. Ich bin so 50-50 unterwegs, habe ich eben schon gesagt. Und tatsächlich ist so die Nachfolgefrage gerade bei Führungskräften, auch bei Top-Führungskräften gerade überall präsent. In der Sozialwelt haben wir in der Altersspanne, die eben mal genannt wurde, über 54, wo 26 Prozent der Fachberatungen sind, da sind wir in mancher Sozialorganisation noch deutlich älter. Ich bin in einer Organisation sehr groß in Stuttgart. Sechs auf der zweiten Führungsebene von acht, die eigentlich wie kleine Geschäftsführer sind, gehen in den nächsten drei Jahren gemeinsam in den Ruhestand. Alle hoch identifiziert mit dem Unternehmen und alle da geblieben, alle immer gemeinsam hoch engagiert gearbeitet, aber plötzlich, guckt mal auf den Kalender und stellt fest, zwei Jahre habe ich noch. Da ist es schwierig, irgendwie miteinander noch gut Übergänge zu gestalten. In einem so einem Kontext war die Aussage von einem Aufsichtsrat-Vorsitzenden, wo der Vorstand nicht dabei war, der Vorstandsvorsitzende musste neu gesucht werden, der hat dann irgendwann im Gräben gesagt, Mensch, das ist mir alles viel zu blöd, eigentlich bräuchten wir eine Zeitmaschine, da stecken wir den Herrn so und so rein, dann kommt der wieder fünf Jahre oder zehn Jahre jünger raus und dann können wir den weiterarbeiten lassen. Das ist so perfekte Fortführung, oder? Ich muss nichts ändern, wir müssen uns nicht irgendwelche Gedanken machen. Das war so der Wunsch, ist natürlich eine Utopie, wird nicht gehen und selbst wenn man einen Zwillingsbrüder hat, ich habe einen Zwillingsbrüder, der ist halt eben genauso alt wie ich. Dann könnte vielleicht das eine oder andere übernehmen, aber ist auch nicht jünger. Ich würde gerne das Thema Identität etwas näher anschauen. Was macht die Identität aus? Und ich schlage vor, in unterschiedlichen Ecken einmal zu denken. Und zwar, wenn ich sage, Identität ist so das, was wir sind, wie wir als Mensch vielleicht handeln, was wir tun, was wir vielleicht auch haben, das prägt unsere Identität wahrscheinlich auch, aber auch das, was wir an Glauben, Überzeugung, mentalen Modellen haben, dann entsteht daraus eine Identität. Bei uns als Individuum, als Person, aber ich glaube auch im Team oder auch als Einrichtung draußen, überall kann man so eine Identität mal diskutieren und wahrscheinlich auch ganz gut beschreiben. Ich habe mal versucht, ein paar Stichworte dazu zu schreiben. Bei einer Einrichtung könnten das beim Haben die Räumlichkeiten sein. Ich habe im Vorgespräch gehört, naja, wir haben da eine Einrichtung, die baut komplett neue Räumlichkeiten, die stellt sich ganz neu auf. Ja klar, wenn ich ganz neue Räumlichkeiten habe, wo eine andere Idee, eine andere Konzeption dahinter steht, werde ich für das handeln können. Das heißt, die hängen zusammen. Die Materialien, aber auch vielleicht Regeln oder Absprachen, die ich habe, oder offene, unbesetzte Stellen, das ist so alles diese Haben-Dimension. Oder die Bibliothek in den Köpfen der Menschen, auch das ist für mich in dieser Haben-Dimension. Das Tun, das, was wir tun, prägt natürlich ganz besonders, wer wir sind und wie wir auch wahrgenommen werden. Das Wahrnehmen, wie ich etwas wahrnehme, wie ich handele, wie ich mich präsentiere, was ich aber vielleicht auch nicht tue, auch das prägt unsere Tun-Dimension. Und beim Glauben die Überzeugung mentalen Modelle. Und da ist mir wichtig, auch nochmal zu unterscheiden zwischen dem, was irgendwo gesagt und geschrieben ist und dem, was tatsächlich gelebt wird. Und ich habe das eben auch schon mal angedeutet, ich habe in der Einrichtung, die ich da im Moment begleiten darf, in Göppingen eine sehr große Einrichtung, da habe ich das Gefühl, da waren so viele Berater drin und die Leitung ist Haltung so wichtig, die wissen alle, was sie zu antworten haben, um in Ruhe gelassen zu werden. Wir verstehen uns als Wegbegleiterinnen der Kinder. Und dann fragt man nach, ja, was verstehst du darunter? Ja, ich nehme mich ganz zurück und schaue, ob das Kind führt und ich begleite. Und dann gucke ich mir den Alltag an und ich sehe was komplett anderes. Ich habe da mal eine Schablone vorbereitet. Ja, und ja, lass mal, ich helfe dir kurz, weil ich kann das vielleicht ein bisschen genauer ausschneiden. Also da sieht man ja erst wirklich, wie die Haltung wirklich verinnerlicht ist. Das eine ist eher Kopf, das andere ist vielleicht eher das, was ich in mir trage, auch im Herzen trage. Wenn ich mir die Identität anschaue, dann könnte ich ja, wenn das die Einrichtungsidentität ist, die ich in den Dimensionen mir mal anschaue, auch eine Identität von jemandem, von Ihnen, von euch daneben stellen und sagen, wie müsste eigentlich die Identität der Fachberatung sein zu der Einrichtung, dass das gut passt, dass das gut funktionieren kann. Und ich glaube, im Haben und Tun kann ich eine Einrichtung natürlich nicht mit Ihnen vergleichen. Das Haben und das Tun wird etwas ganz anderes sein. Aber spannend ist für mich, die Glaubens- oder die Überzeugungsdimension zu sagen, da braucht es eine ausreichende Passung der Vorstellung, damit überhaupt eine gemeinsame Arbeit gelingen kann. Ich bin eben in der Pause gefragt worden, ja, wie kann man denn Haltung verändern? Ich glaube, nur über auch Streiten. Also die Möglichkeiten, Haltung zu verändern, sind sehr begrenzt. Ich bin da ziemlich ernüchtert inzwischen. Und deswegen ist mir Passung so wichtig, weil wenn ich sage, ich habe jemanden, der hat eine tolle Bibliothek, die er mitbringt, tolles Wissen, tolle Kompetenzen, aber ich stelle fest, die Haltung passt nicht, dann werden Sie so schnell keine Lösung für eine gute Zusammenarbeit finden. Sie kennen aber vielleicht auch die Situation, Sie haben jemand Unerfahrenes, Junges, der aber eine tolle Herzenshaltung hat, wo Sie sagen, das entspricht meinen Vorstellungen und Sie sagen, Mensch, ich begleite jemanden eine ganze Zeit, das ein bisschen aufgebaut wird und trage etwas an Erfahrung vielleicht weiter. Das geht meines Erachtens deutlich einfacher, als Haltung zu entwickeln. Wenn, dann geht es über Streiten und wenn, dann geht es meines Erachtens über eine Kultur, wo wir uns das alle gegenseitig auch erlauben zu streiten. Also wenn dann die Einrichtungsleitung ständig die Kolleginnen und Kollegen erinnern muss, wir wollten doch, das wird schwieriger, das wird so eine Kontrollkultur. Wenn es aber ein wechselseitiges Unterstützen wird, Mensch, wir wollten doch, und man tippt sich symbolisch gegenseitig auf die Stulter und Mensch, da wollten wir doch anders und hier wollten wir hinschauen, dann kann man, glaube ich, auch Haltung gemeinsam weiterentwickeln. Ich brauche die Offenheit, überhaupt dahin gucken zu können. Auch das habe ich ziemlich ernüchtert schon erlebt. Besonders eingeprägt hat sich in einem ganz anderen Kontext ein Bild. Ich war in einer Altenhilfeeinrichtung, da sagten fünf Leute aus dem Team, auch da haben wir eine ähnliche Situation, viel zu wenig Mitarbeitende, ein immer wachsender Anteil an unqualifizierten Kolleginnen und Kollegen und die haben gesagt, ich rede hier nicht über Haltung, ich mache hier meinen Dienst und dann gehe ich. Das reicht. Insofern müssen wir eigentlich dankbar sein für jeden, der bereit ist, auch so einen Streit oder so einen Diskurs, also ich habe ein sehr gutes und positives Streitbild, aber bereit ist, das auszutragen und miteinander anzuschauen. Jetzt können wir die beiden Identitäten eher nochmal ein bisschen zur Seite schieben, noch ein bisschen Platz machen und sagen, wenn jetzt jemand als Nachfolge kommt, wie müsste das eigentlich ausschauen, damit möglichst etwas fortgeführt werden kann. Und da würde ich sagen, naja, auch da sollte der Blick vor allen Dingen auf die Erhaltung gehen, finden wir jemanden, der wirklich von den Werten, von den Idealen, von den Fortstellungen, den Staffelstab gut übernehmen kann und sagen kann, hier möchte ich eigentlich in einer ähnlichen Richtung arbeiten. Ich habe den Eindruck, aber das ist nur meine persönliche Wahrnehmung, das methodisches Vorgehen oder so, dass da die Kollegen und die Einrichtungen viel mitmachen, wenn sie spüren, dass da ein gutes Ziel mit beabsichtigt ist und wenn sie spüren, das geht jetzt nicht in eine komplett andere Richtung. Insofern wäre für mich in allen Nachfolgeprozessen das eine spannende Frage. Wie kriegen wir eigentlich raus, welche Haltung jemand nicht nur hat oder vorgibt zu haben, sondern welche Haltung lebt eine Kollegin, ein Kollege oder ein zukünftiger Kollege, ein zukünftiger Kollege. Und das wäre auch das, wo ich für werben würde, wenn wir diese Zeitmaschine nicht haben. Wir brauchen zumindest an dieser Stelle eine ausreichende Passung, damit ich irgendeine Form von inhaltlicher pädagogischer Kontinuität absichern kann. Ich gehe einen Schritt weiter. Kontinuität fortführen, zumindest bei dem Thema Haltung, habe ich gesagt. Ich würde gerne auf das Thema Umdenken, auf den zweiten Teil schwenken und da mal drauf schauen und sagen, wenn wir umdenken, könnte es ja auch sein, dass wir sagen, die Nachfolge ist ja eine Riesenchance, Dinge auch anders zu machen. Jeder Wechsel, jede Veränderung könnte sein, nochmal ganz anders zu hinterfragen. Und ich glaube, sie sind alle geübt in Reflexion, in Selbstreflexion, Reflexion im Team. Trotzdem kann es eine Riesenchance sein, jemanden aus einem ganz anderen Kontext mal zu haben, Klammern vielleicht, wie ich heute, oder aus einem anderen Team, aus einer anderen Region, mit einer anderen Brille, der vielleicht hilft, nochmal ganz anders zu denken. Und warum ich das für wichtig halte, da habe ich einen kleinen Film mitgebracht. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Ich gucke mal in die Runde, keiner. Sie? Sie? Okay. Also die, die ihn kennen, sagen bitte nichts. Okay. Ich habe einen kleinen Film mitgebracht. Er ist auf Englisch, der ist aber nicht schwierig, nicht erschrecken lassen. Wir sehen gleich eine Mannschaft Basketball spielen. Und die Aufgabe ist, wie viele Pässe spielt das weiße Team. Okay? Okay, hat jemand mitgezählt? 13, 14, 15, 13 ist richtig. Ist jemand von denen, die ihn nicht kennen, den Film, okay? Irgendetwas ist aufgefallen in dem Film? Da war ein Bär. Da war ein Bär. Ein Moonwalking Beer. Super. Hatte noch jemand gesehen, der den Film nicht kannte? Ich kenne den Film nicht, weil ich trotzdem nicht gesehen habe. Okay, wir schauen es uns nochmal an. Wir schauen es uns nochmal an. Ich hoffe, es funktioniert. Sollte jetzt eigentlich funktionieren? Nein. Jetzt schauen wir es nochmal an. Es ist dunkel, ich weiß. Von rechts kommt gleich, da kommt er. Haben Sie es wahrgenommen? Jetzt alle, oder? Warum nehmen wir das zum Teil nicht wahr? Dieser Film ist relativ gut erforscht. Warum nehmen wir das nicht wahr? Der Fokus ist woanders. Wir erwarten es überhaupt nicht, oder? Was hat ein Moonwalking Beer auf dem Basketballfeld zu suchen? Wir sind abgelenkt. Der Fokus ist ein anderer. Wir haben eine Fragestellung zu beantworten. Jetzt haben wir alle abgespeichert. Aha, es gibt einen Film. Den zeigt uns der Sven da vorne. Da läuft so Moonwalking Beer. Jetzt gibt es einen zweiten Film, den ich auch gerne zeigen möchte. Und ich gestehe, ich habe diesen Film gesehen, habe mich gefreut. Schauen wir mal, was bei Ihnen oder euch passiert. Das ist die gleiche Aufgabe. Viel heller, viel besser zu erkennen. Wer hat sich gefreut? Alle den Affen gesehen? Okay. Ist euch etwas Besonderes aufgefallen? Der Hintergrund hat sich verändert. Die Hintergrundfarbe hat sich verändert. Noch etwas aufgefallen? Es war eine andere Dynamik. Andere Dynamik, okay. Es war eine gewisse Orte. Ein Spieler oder eine Spielerin von Schwarz hat das Spielfeld verlassen. Wir schauen es uns auch noch mal kurz an. Irgendwie will man... Schauen wir es hier noch mal an. Also ich hatte mich gefreut. Ich habe den Affen gesehen. Ich habe den Vorhang nicht erkannt. Weil es wieder unerwartet ist, oder? Also ich habe es zumindest nicht erwartet. Ich habe mich gefreut. Ich sehe es. Yeah. Der Vorhang ist rot. Er wird schon weniger rot. Jetzt kommt der Affe gleich rein. Ein schwarzer Spieler geht raus. Und der Vorhang wechselt auf die Farbe Gold. Was bedeutet das? Wir haben gerade schon überlegt. Wir haben den Fokus anders. Es gibt ein tolles Bild, was mich bei diesem Film sehr beschäftigt. Und das geht zurück auf Frederik Fester. Der hat das schon vor vielen, vielen Jahren beschrieben. Die aktuelle Ausgabe ist von 2019. Der beschreibt, wenn wir die Sinneskanäle alle nehmen, von ihr aus mit dem sechsten Sinn, dann kommt 10 hoch 9 Bits pro Sekunde Signale auf uns rein. Das ist eine 1 mit 9 Nullen. Das wird aber reduziert auf 100 Bits pro Sekunde. Das ist das, was wir aufnehmen können. Also da wird ganz viel ausgefiltert. Wir nehmen extrem wenig in Relation zu dem, was da auf uns einprasselt. Und dann passiert aber Folgendes, dass aufgrund von unserer Erfahrung, unseren Erwartungen, von unseren Werten, von dem, was wir sonst kennengelernt haben, es wieder angereichert wird. Mit vielleicht auch unseren Bedürfnissen, mit dem, was wir sehen wollen. Das heißt, das, was wir in der Beratungssituation oder im Team oder sonst hier in der Veranstaltung wahrnehmen, sagt nicht nur etwas über den oder die anderen, sondern auch immer etwas über uns. Und deswegen wird die Situation, die wir wahrnehmen, nie gleich sein, sondern jede und jede hat eine etwas andere Wahrnehmung von der Situation. Insofern könnte ein großer Pluspunkt doch schon mal sein, dass wenn ich jemand Neues habe, der als Nachfolge kommt, dass vielleicht andere blinde Flecken da sind. Dass ich woanders hingucke. Das ist in der Industrie und in der Wirtschaft, wenn man so Wirtschaftsprüfer hat, gibt es eigentlich eine Empfehlung, dass Wirtschaftsprüfer nach fünf, sechs Jahren spätestens wechseln sollten, damit man wieder einen kritischen Blick hat und anders drauf guckt und nicht die gleichen blinden Flecken hat. Und ich glaube auch, dass das etwas sein könnte, in Beratungssituationen drauf zu gucken. Wenn wir zu lange als Berater, und da nehme ich mich dazu, Organisationen begleiten, besteht die Gefahr, dass wir mit der Zeit zu viele blinde Flecken haben oder die gleichen wie die Organisation. Und da kann ein Wechsel unabhängig von, ich werde zu alt, total wichtig sein, zu sagen, wir lassen mal jemand anders drauf gucken, der vielleicht andere blinde Flecken hat. Andere Sichtweise, andere Wahrnehmung, andere blinde Flecken könnte ein Grund sein. Der zweite, den ich kurz andeuten möchte, ist, dass sich unsere Welt, ich finde, dramatisch verändert. WUKA habe ich eben schon mal als Stichwort gesagt. Es gibt den Matthias Horx, ich weiß nicht, wer den kennt oder von dem er gehört hat, der sich mit den Megatrends beschäftigt. Ich glaube, er ist im deutschsprachigen Raum derjenige, der diesen Begriff am meisten geprägt hat. Und ich beschäftige mich mit diesen Megatrends, den zwölf, die hier auf der Folie stehen, seit Jahren relativ intensiv. Megatrends sind Veränderungsdynamiken, die nicht nur ein oder zwei Jahre sind, die nicht nur in Hannover eine Rolle spielen, sondern weltweit und die lebensfeldübergreifend Bedeutung haben. Das sind solche Dinge wie zum Beispiel demografischer Wandel, er nennt das Silver Society. Und ich glaube, gerade weil es so langfristige Veränderungen sind, die sehr klein sind, aber stetig und immer weiter gehen, haben wir auch die Gefahr, dass wir Veränderungen nicht frühzeitig erkennen. Das Thema demografischer Wandel ist für mich ein ganz dramatisches. Ich frage an vielen Stellen, wo es um Strategie in sozialen Organisationen geht, können wir das überhaupt? Weil das Thema demografischer Wandel, das jetzt auch hier vielleicht Fragen der Nachfolge geballter als vielleicht nötig aufkommen, hat auch was damit zu tun. Haben wir uns rechtzeitig damit beschäftigt, wohin wird sich Gesellschaft und unsere Welt verändern und wie können wir strategisch frühzeitig damit umgehen? Dass wir heute einen Mangel an Fachkräften im Erziehungsbereich, im Bildungsbereich, in der Pflege, in den Krankenhäusern haben, ist meines Erachtens ein Zeichen, dass wir nicht strategisch sinnvoll in den letzten Jahren in Politik, Verwaltung, Organisationen gehandelt haben. Und das kann ich nicht aus der Einrichtung alleine ausgleichen oder gar als einzelne Fachberatung ausgleichen. Ich kann strukturelle Schwierigkeiten nicht mit den Menschen nachher nach Hause gehen lassen und sagen, du kannst halt damit nicht umgehen. Sondern ich glaube, das sind größere Themen. Diese Megatrends, die führen, ich habe jetzt mal für mich Stichworte dazu geschrieben, das ist sicherlich nicht abschließend, aber ich habe mal versucht, auf einer Folie zu sagen, was passiert denn da soziokulturell, was für den Kontext frühkindliche Bildung relevant, zumindest mir, erscheint. Ich fange mal oben links an, sozialkulturelles Umfeld. Ich glaube, diesen Mitarbeitermangel, der ist dramatisch und wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung. Der demografische Wandel kommt erst richtig in Gang. Da sind wir noch nicht am Ende der Fahnenstange. Das heißt, wenn wir jetzt schon Stellen haben, die nicht besetzt sind, müssen wir umso mehr überlegen, wie können wir denn Nachfolge vielleicht gestalten, wenn es gar keine Nachfolge gibt? Oder wie können wir Nachfolge gestalten, wenn wir auch eine Deprofessionale oder Entprofessionalisierung haben? Also, dass die, die zur Verfügung stehen, vielleicht nicht die tollen Ausbildungen haben, wie wir sie haben, sondern vielleicht das Herz hoffentlich am rechten Fleck und sagen, ich würde ja, aber was kann ich denn tun, was soll ich denn tun? Soziale Spaltung ist ein Thema, auch in Deutschland. Auch da gibt es spannende Untersuchungen, dass unsere Gesellschaft sich immer weiter spaltet. Auch in Corona-Zeit hat sich das eher beschleunigt als verlangsamt, was ich erschreckend finde. Das Familienverständnis ändert sich schnell wieder zu arbeiten, gehört dazu. Der Anteil von Familien, die Kinder in Betreuungssysteme geben, wächst. Gleichzeitig haben wir aber weniger Möglichkeiten. Also, da spielt vieles zueinander und bestärkt sich auch noch wechselseitig. Dass wir nicht irgendwie sagen, naja, das ist nebeneinander, sondern das hat auch einen, wie sie so einen selbstbestärkenden Prozess. Digitalisierung ist etwas, wo auch Einrichtungen der frühkindlichen Bildung nicht dran vorbeikommen. Auch unser Job sich verändern wird. Rechtliches Umfeld, Rechtsanspruch, Datenschutz sind einige Stichworte. Ich habe auf der Herfahrt hierher im Deutschlandfunk nochmal gehört, dass ab 26 der Rechtsanspruch auch in der Schule da ist, wo bei mir sofort auf dem Weg hierher die Frage war, na, da bin ich mal gespannt, wie viele Erzieherinnen und Erzieher aus ihren Systemen rübergehen, weil man da jetzt politisch Wirbel macht und es da vielleicht attraktivere Angebote gibt, als man in der Einrichtung machen kann. Und da wird sich viel verändern. Gebührenfreiheit, Nachhaltigkeitsanforderungen, Klima. Auch da sind soziale Organisationen inzwischen in der Pflicht, Nachhaltigkeitsberichte in Zukunft zu schreiben etc. Da kommt viel auf uns zu. Preisexplosion, Inflation, ich glaube, der wirtschaftliche Druck steigt dramatisch gerade. Das sind alles Rahmenbedingungen, die sich weiterentwickeln. Ich habe eine Wortmeldung. Ich weiß nicht, ob wir ein Mikrofon irgendwo... Ja, ich kann das auch laut so. Ja. Mehr geht es noch mal. Ich bin mal ganz wichtig, die sich weiterentwickeln. Und das steht ja vom Kofunhaus, das ist klar. Das ist ja ein Kofunhaus, das ist ja ein Kofunfeld. Ich bin nochmal ganz wichtig, ich bin so der erzieherische Verantwortlichen. Die liegt bei der Familie. Wir haben aber eine institutionelle Betreuung. Das muss ich mal ganz klar sagen. Die Betreuung und die Erziehung von der will ich nicht mehr außerwende in der Familie. Sondern das, was in dem eigentlichen Thema ist, nicht nur in den Kitas, sondern auch in der Schule. Das ist eine ganz andere Erwartung. Und ich finde ganz wichtig, Demokratieverständnis. Das kommt immer weniger, das ist halt immer weniger wert. Und tierisch meine ich auch, was ist eine Werteerziehung? Was habe ich für eine Verantwortung? Welche Glaubensbekenntnisse habe ich auch in der Familie? Wollte ich nur noch mal erzählen. Ich finde das eine wichtige Ergänzung. Die passen gut in das Bild, können wir dazu schreiben. Ich gucke mal, dass das in der Dokumentation mit da reinkommt. Ich habe das heute früh schon mal gesagt, wenn ich die Zeitachse mir anschaue und ich habe hier die Menge, Qualität, Quantität von Anforderungen etc., dann habe ich die Wahrnehmung, dass das deutlich steigt und dass gleichzeitig die Ressourcen in Qualität und Quantität deutlich sinken. Das ist für mich ein großes Dilemma, was ich sehe und wo es auch die Frage an Fachberatung gibt, wie gehen wir in den Einrichtungen mit dieser Situation um. Ein Teil meiner Antwort ist, dass Priorisieren immer wichtiger wird. Wir können nicht alles tun. Worauf wollen wir uns konzentrieren? Was ist das wenige Wesentliche? Und das Zweite, wie halten wir auch gemeinsam einen Fokus auf das, was machbar ist? Ich habe, Peter, ich schaue in deine Richtung, das ist die Fortbildung vorgestellt am Anfang. Ich habe gedacht, das wäre auch ein Thema, was vielleicht auch etwas sein könnte, mal zu überlegen, wie könnte man hier was vermitteln, weil für jedes Thema gibt es Stimmen, gibt es Personen, die dafür einstehen. Und ich habe immer so das Gefühl, gerade die Einrichtungsleitung, aber wahrscheinlich die Fachberatungskolleginnen und Kollegen genauso, werden ständig irgendwo gezogen und da müsst ihr euch drum kümmern und da und da und da. Und wie finde ich einen guten Fokus, wo ich sagen kann, darauf konzentriere ich mich und ich weiß, ich kann nicht alles schaffen, aber wenn ich das schaffe, mache ich den nächsten sinnvollen Schritt und einen guten Beitrag für die Einrichtung und für meinen Job. Also dafür würde ich gern werben, weil sonst können wir uns doch bei dem Bild eigentlich nur in die Depression fallen lassen und sagen, oh Gott, was kommt da auch von zu. Ich würde gern mich über all das freuen, was möglich ist und ich bin davon überzeugt, es würde nur gehen, wenn ein klarer Fokus und klare Prioritäten gesetzt werden. Ich habe den Eindruck, aber prüfen Sie für sich auch nochmal, dass wir in einigen Einrichtungen wie so einen Aktionismus haben. Da wird sich um alles Mögliche gekümmert. Also viele Themen von denen, die ich hier auch schon gehört habe, werden irgendwie bearbeitet. Und dann ist aber die Frage, wo gelingt es wirklich, dass es umgesetzt und gelebt wird. Und das geht meines Erachtens nicht, wenn ich 27 Themen gleichzeitig angehe, sondern wenn ich einen klaren Fokus habe, ich habe für mich die Zahl 5 plus minus 2 Themen, mehr sollte eine Organisation nicht gleichzeitig mit voller Kraft eingehen. Sonst hätte ich die Sorge, es wird sich verzettelt. Jetzt habe ich zwei Wortmeldungen. Ich glaube, Sie waren zuerst und dann. Also für mich ist eigentlich auch nochmal so der Punkt, dass man nicht nur die Kita in den Mittelpunkt stellt, sondern man hat so immer auch den Blick auf das Kind. Und ich habe auch den Eindruck, so in der Fachberatung, dass unter der Fülle der Aufgaben und Anforderungen, ehrlich gesagt, das, was eigentlich am wichtigsten ist, die Blick und die Empathie und die Bindung zum Kind, irgendwie manchmal so hinten runterfällt. Deswegen finde ich es eigentlich gut, dass auch die Kinderschutzkonzepte, dass das sozusagen eingefordert wurde, dass die Kitas sich nochmal damit beschäftigen mussten und dass man auch mal sagen kann, wenn man jetzt in den Kitas ist, Mensch, der hat das, also dass man sich auch ein Stück weit auf etwas berufen kann, weil sie ja darin zum Beispiel in Verhaltenskundings oder solche Dinge auch festgehalten haben. Aber ich habe das Gefühl, dass das häufig untergeht und dass das irgendwie in der Ausbildung auch nicht so richtig vermittelt wird. Da sitzen so viele junge Menschen und klar, man darf das nicht pauschalisieren. Wir sind auch ganz viel engagierter, aber mir fehlt das manchmal, also dass das, wofür man eigentlich da ist, dass das Kind im Mittelpunkt der Arbeit steht und nicht all die anderen Dinge. Also dass man da, dass es schwer ist, glaube ich, auch als Fachkraft, den Fokus zu halten und zu behalten. Und ich finde das auch schon wichtig, weil das ist eigentlich das, wo es herkommt. Das ist die Basis in der Umbeziehung. Ich würde gerne ein bisschen dagegen halten und das Mikrofon geht vielleicht schon weiter. Ich glaube, es macht total Sinn zu gucken, wer hat wofür Verantwortung und wer ist wofür zuständig. Und im Herzen sage ich natürlich absolut ja, großer Haken dran. Trotzdem würde ich sagen, was ist denn der Beitrag, den Fachberatung leisten soll? Und Sie sind nach meiner Definition nicht verantwortlich für Kindeswohl und Entwicklung des Kindes, sondern dass die Einrichtung diesen Job am besten machen kann. Und das muss nach meinem Verständnis der Nutzen von Fachberatung sein, der Leitung und den Kolleginnen und Kollegen in der Einrichtung zu helfen, dass sie wiederum ihren Job am Kind bestmöglich tun können. Aber das ist der Punkt, dass man dort hinkommt und seinen Idealismus auch ein Stück weit mitbringt. Und ich finde, wir müssen den ja auch haben, um sozusagen so die Fahne der Qualität hochzuhalten. Und dann kommt immer gleich, ja, wir haben Personalmangel und ich habe auch keinen, ich habe auch keinen, ich habe die Eltern, ich wollte das nur. Und also, sage ich mal, ein Genervtsein von den Ramping, was bei all dem ja auch total verständlich ist, aber trotzdem denke ich, ja, aber die Kinder sind da, dann muss man trotzdem beim Kinder bleiben. Und ich fühle mich dann immer manchmal als diejenige, die dann auch noch abhängen, so ein bisschen, ja, zu meckern, weil ich es einfach wichtig finde. Und ich denke, dass die Kinder nicht darunter leiden dürfen. Ich finde, eine wichtige Aufgabe der Fachberatung ist, bei allem, was in der Einrichtung passiert, die Frage zu stellen, was ist der Beitrag für die Kinder? Und ich glaube, da passiert einiges, vielleicht sogar auch von Beratern oder Externen, in die Einrichtung getragen, was nicht direkt darauf einzahlt. Und da gilt es, ich glaube, da sind wir uns einig, extrem kritisch zu sein und zu prüfen, macht das überhaupt Sinn? Die Einrichtung, wo ich war, da war eine extrem kompetente Begleiterin, die hat sich um Early Excellence Center gekümmert, EEC, hat gesagt, ihr müsst EEC werden. Und das Team hat monatelang an dieser Konzeption gearbeitet. Ich sage, von der Haltung waren die noch lange nicht da und die hatten eigentlich akut ganz andere Probleme. Und ich bin da hingegangen, habe gesagt, was macht ihr denn da gerade? Was passiert hier gerade? Und dann hat mich die andere Beraterin schockiert angeguckt und gesagt, wie können Sie meine Arbeit in Frage stellen? Da habe ich gesagt, guck doch mal, warum geht es denn hier gerade? Mitarbeiter wissen nicht, wie sie den Dienst abdecken, mit schwierigen Situationen kann keiner umgehen, Krankheitsquote, Katastrophe, aber wir arbeiten am Konzept für 2025 zum Thema Early Excellence. Und damit ist keine Kritik an dem Konzept gemeint. Ich hoffe, Sie verstehen mich nicht falsch. Aber da war noch eine Wortmeldung. Ja, es geht hier so schnell mit dem Input, dass ich, also nochmal ganz kurz, heute Morgen möchte ich auch was zur Reitung, also so, was ist der Beitrag für die Kinder und das gilt für die Fachkräfte und auch für die Trägerverantwortlichen. Was mir jetzt aber nochmal deutlich wird in diesem Bild, mein Auftrag als Fachberatung, ich kann es nicht trennen von einem politischen Auftrag. Also wenn man glaubt, man kann hier unpolitisch bleiben, das glaube ich nicht, dass das geht. Wir haben als Fachberatung da ein immens hoher Verantwortung, das so zusammenzuführen. Das finde ich, also wenn das gelingt, wenn die jungen Kolleginnen das mit rausnehmen hier heute, das wäre mir eine Herzensangelegenheit. Also es gibt es nicht losgelöst von Politik. Ich glaube, dass zumindest wenn man sich selber dieses politische Mandat gibt, wie Sie sagen, was ich total richtig finde, dann sind Sie in der Position, Systeme auch mitgestalten zu können. Nicht nur im System zu arbeiten, sondern das politische Mandat bedeutet, wir arbeiten auch am System. Wir gestalten mit die Rahmenbedingungen. Okay, wir haben noch ein paar Minuten. Ich würde gerne auf das Thema neu ausrichten, eingehen. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, etwas nicht einfach fortzusetzen, sondern vielleicht auch jemand Neues zu haben, bringt Chancen, andere blinde Flecken und auch Chancen, sich anders für die Zukunft aufzustellen. Und ich habe das schon mal gesagt, das liegt mir aber sehr am Herzen, etwas in Zukunft anders zu tun, heißt nicht, dass es bisher falsch war, sondern es ist die Chance für die Zeiten von heute und morgen Antworten zu finden. Wie kann ich mir das Ganze vorstellen, wenn jetzt eine Nachfolge ansteht? Was kann ich denn da tun? Was sind die Möglichkeiten? Und ich habe mal vorneweg geschrieben, ich glaube, diese Entscheidung der Nachfolge sollte möglichst nah am Alltag orientiert getroffen werden. Was meine ich damit? Ich würde sagen, es gibt einen Führungsprozess und es gibt einen Alltag der Kinder und Familien in den Einrichtungen und um die Einrichtungen drumherum. Und wenn Fachberatung jetzt dort ausgetauscht, erneuert, Nachfolge organisiert werden sollte, dann habe ich mit der Nutzenargumentation eben schon mal argumentiert, zu sagen, dann sollte das bitte von unten, von der Basis her gedacht werden. Und ich würde vorschlagen, zu sagen, den Auswahlprozess auch möglichst nah in den Alltag zu tragen, nicht Situationen zu schaffen, wo man schaulaufen kann, seine Schokoladeseite präsentiert im Bewerbungsverfahren, sondern ich würde vorschlagen, und wir haben das in anderen Kontexten, in der Fachberatung habe ich das noch nicht gestalten dürfen, aber in anderen Kontexten bei der Nachbesetzung, Folgebesetzung von Schlüsselpositionen in der Sozialwirtschaft als auch in der Wirtschaft haben wir das so getan, zu sagen, lass uns mal schauen, wie können wir Herausforderungen und Schwierigkeiten, Themen aus dem Alltag im Prozess nutzen. Wie sieht das aus? Das Erste, was es auf jeden Fall braucht, ist mal eine Rollenklärung, und das ist mir in der Vorbereitung zu heute ganz bewusst geworden, Fachberatung ist nicht gleich Fachberatung, also als allererstes mal zu klären, was ist denn mein Rollenverständnis, unser Rollenverständnis, und auch zu überlegen, was ist denn da für ein Anforderungsprofil mit verbunden. Ich glaube, der Weg zur Profession, den Sie angedeutet haben, der könnte irgendwann mal sein, dass wir ein klares gemeinsames Verständnis haben, was ist eigentlich Fachberatung. Vielleicht in unterschiedlichen Spielarten, aber noch ist das sehr dynamisch. Ich glaube, wenn ich dieses Rollenverständnis habe, dann kann ich in die Konzeption für den Auswahlprozess einsteigen, und das, was ich vorschlagen würde, wäre zum Beispiel bei einer Fachberatung in einer konkreten Einrichtung zu überlegen, welcher Prozess läuft jetzt da, welche Thematik läuft jetzt gerade da. Eine Kollegin hat gesagt, sie macht inzwischen so Fachtage, ich weiß nicht mehr, wer das war, Studientage, sondern Ein-Tages-Fortbildung, da zu überlegen, was könnten solche Themen sein, wo ich vielleicht eine Bewerberin, eine potenzielle Nachfolgerin einbinden kann und sagen kann, jetzt arbeite mal mit. Ich nenne das Kolloquium, zu sagen, okay, wir schaffen so eine Workshop-Situation oder eine Schulungssituation und versuchen mal diesen Menschen im Tun und nicht nur im Erzählen kennenzulernen. Und wir haben eine Riesenchance dabei, weil alle Beteiligten zusätzlich lernen können. Vielleicht ist die Bewerberin, der Bewerber oder die potenzielle Nachfolgerin, Nachfolger, jemand, der andere Blickwinkel schon mal einbringt. Das heißt, das hätten wir jetzt so in unserem üblichen Prozess nicht gesehen und daran gedacht. Es kann etwas sein, dass ich sage, ich erlebe jemanden. Natürlich ist das für die Person, die da kommt, mit Aufregung verbunden. Ja klar, das ist nachvollziehbar. Aber ich kriege trotzdem ein ganz anderes Gespür, wie agiert die, wie kommuniziert diese Person, wie geht sie mit anderen Menschen um, wie tritt sie in Beziehung mit anderen Menschen und zu sagen, wir wollen das mal miteinander ausprobieren. Und wir haben dann die Chance, neben der Frage der Auswahl, vielleicht auch konkrete Arbeitsergebnisse aus diesem Workshop mitzunehmen, wo schon jemand sich auch zusätzlich eingebracht hat. Auch unter Ressourcengesichtspunkten würde ich das dringend empfehlen, dass ich nicht sage, ich setze noch mal so viele Ressourcen auf einen Bewerbungsprozess oder Auswahlprozess, sondern zu sagen, ich verbinde den quasi mit einem anderen Thema, um zusätzliche Effekte zu haben. Dass ich ein klares Bild über diesen Menschen habe oder die Person habe, vielleicht auch ein klares Bild, wer ist die geeignete Person, aber gleichzeitig auch Arbeitsergebnisse, die für meinen Alltag relevant sind. Und da kann dann die Frage sein, wie können diese Ergebnisse im Alltag in der Einrichtung auch einfließen. Und mit Review ist vor allen Dingen auch ein wechselseitiges Feedback gemeint, dass dann die Bewerberin, die potenzielle Nachfolgerin nicht nur erfährt, Stelle ja oder nein, sondern auch ein Bild zurückgemeldet bekommt, wie haben wir dich wahrgenommen. Weil das finde ich auch nach der Einführung von dem allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz extrem schwierig, dass Bewerberinnen oft ja gar nicht wissen, warum bin ich nicht genommen worden, was war jetzt gut, was war nicht gut. Und wir machen das in solchen Prozessen, dass wir dann auch ein ausführliches Feedback geben und versuchen, demjenigen auch eine Entwicklungsmöglichkeit damit aufzuzeigen. Das ist unser Vorschlag oder mein Vorschlag von mir und Kollegen, mit denen ich das entwickelt habe, zu sagen, lasst uns mehr in den konkreten Alltag gehen und aus so Sonderwelten eines Bewerbungs- und Auswahlprozesses rauszugehen, sondern möglichst konkret mal einzusteigen. Und ich verspreche eins, extrem gute Erfahrungen, jemand, der einen Tag irgendwo mitarbeitet, der gibt sich mit seinen gelebten Werten zu erkennen. Da reicht es nicht, mir nur Antworten zu geben und zu sagen, was man richtig findet oder vermutet, was der andere hören will. Das kann ich vielleicht bei einer Stunde Bewerbungsgespräch durchhalten. Wenn ich einen Tag mitarbeite, wird es nicht gehen. Wir haben viel Rückmeldung, da wo wir das machen dürfen, dass es total ungewohnt ist, dass ein Bewerber auch gesagt hat, ich muss mir belegen, ob ich mich darauf einlasse. Ja, nein. Bei denen, wo das stattgefunden hat, die sich darauf eingelassen haben, haben wir bisher nur positive Rückmeldungen. Weil wir auch versuchen, als Berater, die dann so einen Prozess begleiten oder ich, wenn ich sowas mache, auch allen Beteiligten gegenüber sehr wertschätzend zu sein und zu versuchen, Rückmeldungen zu geben, Entwicklung aufzuzeigen, sodass es nicht nur investierte Zeit, sondern auch wirklich Lernpotenzial mit sich bringt. Ich bin bei der Zusammenfassung. Was ich festhalten möchte, was nachfolgende Fachberatungen, Fachberaterinnen mitbringen sollten, wäre zum Thema Fortführen auf jeden Fall die Passung zum Thema Haltung. Ich hoffe, dass das rübergekommen ist, dass ich da Werbung machen möchte, tiefer reinzuschauen, in die Diskussion zu treten, vielleicht auch in so einem Kolloquium hinzugucken, welche Haltung wird da spürbar. Das Zweite, zu sagen, wir müssen immer in die Zukunft denken, wenn wir jetzt gestandene Personen, die aus der Friedensbewegung heraus mit hohem Engagement, wie du angedeutet hast, die letzten Jahre extrem gut ihren Job gemacht haben, heißt das aber nicht, dass das die richtigen Antworten für die Zukunft sind, sondern dass jede Generation hat eigene Herausforderungen, hat eigene Themen und dahin zu gucken, wie müssen wir die Lebensfähigkeit absichern, wie sichern wir Erneuerung ab und wie können wir eine andere Perspektive vielleicht auch nutzen, um blinde Flecken zu reduzieren. Das Dritte steht auch hier drauf, weil es mir wichtig ist, ich glaube, die Kompetenz, Prioritäten zu setzen, Fokus auf das Machbare zu legen und auch in Ihrem Fall den Einrichtungsleitungen und den Erzieherinnen und Erziehern zu vermitteln, wie fokussieren wir uns, wie priorisieren wir im Alltag, damit wir auch gesund bleiben können und nicht ständig überfordert, ausgebrannt irgendwann nach Hause gehen, sondern dass wir einen Fokus haben auf das, was realistisch auch ist. Smart kennen alle, oder? Das R steht für realistisch. Wenn wir nicht priorisieren, wird nichts realistisch sein. Und deswegen liegt mir das so am Herzen. Und ich fand gut, wenn am Ende die Passung im Alltag wirklich getestet wird und es einen gemeinsamen Prozess gibt und eine gemeinsame Nachfolge ist immer auch eine gemeinsame Aufgabe zwischen denen, die da bleiben, und denen, die da waren, denen, die neu kommen. Es kann keine Person alleine. Ich hoffe, es waren ein paar Impulse dabei. Ich stelle mich gerne Fragen, die hoffentlich aufgekommen sind. Ich hoffe, ich war nicht zu provokant. Ich hoffe, niemand hat sich durch die eine oder andere zugespitzte Formulierung auf den Schlips oder auf den Fuß getreten gefühlt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke dir. Sehr gerne. Ich habe das Gespräch eingehalten. Ich gebe das mal in die Runde. Also ich weiß nicht, was für Assoziationen Sie in den Kopf haben, als Sie den Vorfall gehört haben. Einfach mit dem Leben los. Ich höre eine ganz komplette Frage. Vielleicht kann ich es nicht schaffen, das so laut zu sprechen. Ich bin das jetzt so verstanden, und ich mache mir aus dir, dass es nicht mehr darum geht, dass die Stellen in Haaren, egal ob eine Fachberatung, eine Liederleitung, eine pädagogische Leitung, völlig aus dem Vor gelassen wird, wenn es nicht nachvollziehen wird. Das haben wir fast bisher überall so gemacht. Ihre Leidung ist noch nicht. Damit will ich das aber nicht zu tun haben. Das muss die Trägerorganisation, die müssen nichts machen. Wenn ich das verstanden habe, was Sie uns eben gesagt haben, dann muss ich ein großes Interesse daran haben, dafür mitzudrücken. Absolut. Ja. Also wenn ich Beratung bei jemandem suche, dann würde ich ja auch auswählen, bei wem möchte ich beraten werden. Und ich würde auch sagen, wenn ein Träger die Chance hat, oder Sie die Chance haben, bei dem Träger Werbung zu machen, dann sollte keine Nachfolgediskussion ohne Einrichtungsleitung stattfinden. Und ich würde tatsächlich auch sagen, dass es schön ist, wenn es einen Moment der Staffelstabübergabe gibt. Also wenn die bisherige Stelleninhaberin auch Bibliothek übergibt, ja, Wissen und Erfahrung und Know-how, aber auch wenn es menschlich die Möglichkeit gibt, in Beziehungen zu treten und ein Gespür zu kriegen, von wem übernehme ich jetzt und wie kann ich mich einbringen. Also ich fände ideal, ich weiß, dass das manchmal nicht geht, aber ideal, wenn die Vorgängerin und die Nachfolgerin auch Zeit zusammen haben. Ich muss noch mal nachfragen, mir geht es um den Entscheidungsprozess, um die Personalentscheidung. Ja, wäre ich dabei. Ich finde, auch bei dem Entscheidungsprozess müssen die Einrichtungsleitungen beteiligt werden. Meinten Sie die Fachbelatung oder die Kita-Leitung? Also wenn es in einen Übergang zwischen Fachbelatung und Fachbelatung geht oder wenn die Fachbelatung dafür sorgt, dass die Kita-Leitung, die Ex-Kita-Leitung in einhängt. Ja, das habe ich nämlich nicht verstanden. Wenn ich als Fachberatung irgendwo alleine bin und in der Ursprung gehe, ja, dann war das bisher immer so, dass die Stelleninhaberin nichts vermisst zu tun hatte, wie die Nachfolgerin zu setzen. Ja, das hat man schon immer wieder gemacht. Und wenn ich das jetzt so verstehe, dann kann ich mich scheinbar doch nicht eigentlich so zurückziehen und sagen, nein, wir machen das. Aber jetzt kann ich überstehen davon abhängen, dass die Hierarchie das zulässt, dass man da auch nicht geht. Das ist so ein Lager-Leitung mit Eingriffung. Das funktioniert nicht. Ja, das ist ein ganz neuer Gedanke. Wir kennen uns doch nicht alle so, dass Entscheidungsträger nicht mit Eingriffung machen, wenn die Ex-Kita-Leitung nachfällt. Wer darf Person abhängen? Wenn du jemanden als Vorgesetzten hast, der diese Entscheidung zu treffen hat letztendlich und dich einbeziehen will, wird er das machen. Wenn nicht, dann nicht. Also wenn ich, ich hoffe, dass es nochmal deutlicher wird. Ich hoffe, dass es nochmal deutlicher wird, wenn ich einen Schwenk nochmal in die Industrie mache. Ich sage bei Schlüsselpositionen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der nächsten Ebene sich auch ihren Chef, ihre Chefin aussuchen können sollten. Dass die die Entscheidung nicht alleine treffen, keine Frage. Dass es am Ende eine Aufsichtsratsentscheidung gibt, oder, 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 keine Frage. Aber es braucht auf jeden Fall Stimmen, auch von denen, die am Ende geführt werden oder im Falle der Fachberatung beraten werden sollen. Das wäre zumindest mein Petitum an der Stelle. Das wäre mein Werben dafür. Ja, ich möchte mich herzlich bedanken und hatte auch gedacht, ich bin sehr nachdenklich, aber auch so, dass ich zurückblicke, aber auch realistisch schaue. Und zwar ist es so, hier sitzen keine Träger in Vertretungen. Das ist sowas, wo ich dachte, ich habe mir gewünscht, genau das ist wichtig. Nämlich diese gelingende Nachfolge ist eine gemeinsame Aufgabe. Und die Träger haben oft wenig, wie soll ich das sagen, ich möchte jetzt nicht Orientierung sagen, das würde das Ganze so abwerten. Aber das ist eben wichtig zu sagen, sie benötigen auch eigentlich einen Leitfaden dafür. Das ist immer das, wie wir auch in der AG in der Sankt-Fachberatung haben, der gesagt haben, das ist so wichtig und wertvoll, der Träger zu sagen, was möchte ich, was soll die Fachberatung. Ich selber bin eigentlich froh darüber, dass ich nicht damit involviert war. Aber trotzdem ist das, was Sie sagen, so entscheidend. Die Überlänge, die Begleitung, die Prozessbegleitung, finde ich richtig. Und aber auch zu sagen, es ist so unrealistisch, dass der Träger so viel Geld hat. Und sagt, ich beschäftige meine Fachberatung, die neue ein wenig eher und kann dann auch dieses Gelingene miteinander entwickeln. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Entfeindes. Da muss ich auch nochmal Geld auszugeben. Während auch für die Qualität und das Bewerbungsverfahren und auch ein Träger braucht einen Prozessbegleitung. Darf ich zu dem Thema Geld kurz etwas sagen? Ich würde gerne zu dem Thema Investitionen oder Geld für diesen Prozess etwas sagen, weil auch da sehe ich nicht nur an der Stelle, sondern auch an vielen anderen Unternehmen und im Sozialbereich immer ein Dilemma, nämlich zwischen dem Geld, was ich heute sehe und dem Geld, was ich nicht sehen kann in der Zukunft. Wenn ich sage, ich investiere in diesen Prozess, dann habe ich das heute in der Gewinn- und Verlustrechnung stehen und ich habe irgendein Geld, irgendein Berater, das fand ich auch sehr sympathisch, dass Sie am Podium auch gesagt haben, wir müssen diesen Prozess begleiten. Das heißt immer, es fließt sofort Geld, oder? Das ist weg. Das sehe ich. Was wir nicht sehen ist, wie teuer sind nicht gelingende Übergänge. Weil die gehen im Alltag irgendwo unter. Und da sehe ich keine Rechnung, die gestellt wird, sondern das sind Ineffizienzen, das sind Schwierigkeiten, Konflikte, Probleme, Leerlaufzeiten, Zeiten, wo ich noch nicht richtig Wirkung entfalten kann. Und das muss ich zumindest gedanklich dagegenhalten und sagen, okay, es darf nichts umsonst sein, keine Frage, ich kann nicht sagen, na, koste es, was es wolle, aber wenn ich sage, wir investieren hier sehr verantwortungsvoll in ein gutes Fundament, damit die wertvolle und wichtige Arbeit auch in Zukunft möglichst kraftvoll und wirksam starten kann und weitergehen kann, dann glaube ich, ist das eine sinnvolle Investition. Ich finde das System, das Sie vorgestellt haben, höchst attraktiv und möchte fragen, welche Erfahrungen Sie damit im Auswahl-Personalentscheidungssystem des öffentlichen Dienstes gemacht haben. Da haben Sie im Vorstellungsgespräch, die Chef in der Personalabteilung sitzen, die Gleichstellungsbeauftragte und die Mitarbeiter und Vertretung, dann mich als Arbeitsbereichsleiter und dann Bewerberin und auch die Stelle und ich habe momentan noch keine Fantasie, wie ich da so einen Prozess hinein implementieren kann mit, wir nehmen die drei, die uns am geeignetsten erscheinen für eine Papierform mal auf drei Studien-Tage mit. Ich habe keine Erfahrung, aber ich würde sagen, ich weiß nicht, ob Sie mitgehen, aber ich würde sagen, die Freien Wohlfahrtsverbände mit der Finanzierung im öffentlichen Bereich sind an vielen Stellen sehr ähnlich strukturiert, tickt ähnlich. Ich bin im Moment an vielen Stellen in der sozialen Arbeit jemand, der wirbt, lasst eure Bewerbungsverfahren ganz sein, stellt jeden ein, der kommt. Das meine ich total ernst, aber mit der Ergänzung und nutzt die Probezeit als gute Phase der Einarbeitung und der Kontrolle, ob es passt. Einverstanden? Und das hat dann was von dem Prozess, den ich Ihnen vorschlage. Also zu sagen, lasst uns nicht zu viel Zeit verlieren, weil ich finde es fast ein bisschen anachronistisch, ich erlebe das auch immer wieder, Riesenprozess, zum Teil mit externer Beratung begleitet und ich habe zwei Bewerber. Und es macht vielleicht Sinn, wenn ich 30 Bewerberunterlagen da habe, dass ich sage, jetzt lade ich mal drei, vier ein und gucke mir mal, ich habe die Auswahl, aber bei zwei Bewerbern habe ich keine Auswahl. Dann muss ich eigentlich sagen, ich stelle beide ein, weil ich verliere eh wieder jemanden. Und dann kann ich, mir geht es um die Idee, mir geht es nicht so sehr um den Prozess, sondern eher zu sagen, lasst uns zusammenarbeiten und lasst uns prüfen, wie wir wirklich sind und ich glaube, dass das eigentlich allen Beteiligten menschlich mehr gerecht wird, als diese Situation, jeder versucht sich bestmöglich zu verkaufen. Ich weiß nicht, ob ihr oder sie das kennt, Bewerbungsunterlagen und die Person kommt die Tür rein und sie denken, das kann nicht die gleiche sein. Und das ist doch verrückt. Also für beide Seiten eigentlich, oder? Wir brauchen doch, zumindest nach meinem Dafürhalten, ein ehrliches Miteinander, ein Offenbaren und zu sagen, so bin ich, ich bin der Sven, so bin ich und ihr sollt die Chance haben, euch zu entscheiden, ob ich passe an der Stelle, ja oder nein. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen eine Antwort gibt, aber mutiger, diese Dinge vielleicht wegzulassen, gar nicht zu sagen, wir müssen so viel anders und so viel investieren, sondern zu sagen, komm, fang an und dann zu sagen, das ist vielleicht auch noch mal zu dem Thema Investitionen interessant zu sagen, okay und jetzt gucken wir aber auch und zwar angekündigt, nur dann ist es auch ehrlich und fair, ja. Lass uns in der Probezeit gemeinsam Erfahrungen sammeln, schauen, ob wir zueinander passen und lass uns diese Zeit auch gut für Einarbeitung und Reflektionen und Gespräche nutzen. Da ist dann eine Investition. Also ich wollte da auch noch mal einsteigen, wie geht das nämlich auch im öffentlichen Bereich so? Es geht ja schon los mit der Bewerbung. Also erstmal werden Bewerbungen bepunktet. Es muss eine gewisse Punktzahl da sein, dass du da bist eingeladen werden und ich als direkter, späterer Kollege darf da mich mal drauf gucken. So, also das geht schon mal los im öffentlichen Bereich. Darum vielleicht nicht unbedingt so angesagt, was Sie gesagt haben, aber ich denke, gerade auch im Bereich gute Kita-Leitungen zu finden. Ich finde, dahingehend kann man Ihr Modell gut mal ins Gespräch bringen, dass die Leitung oder vielleicht dann auch spätere Übernahme wirklich auch noch mal schauen, sind das geeignete Bewerberinnen. Ja, ich finde nämlich auch, dass wir momentan manchmal so einen Trend mit haben, hauptsache eine Kita-Leitung, jüngere Kolleginnen, jetzt nichts gegen jüngere Kolleginnen, aber wir brauchen auch manchmal ein bisschen Erfahrung in der ganzen Kita-Welt. Ja, und also wirklich da mal mitlaufen, schaut euch das mal an und nicht auch in so ein kommunales Bedarfungsgremium, was hat die für Fortbildungen, die hat sie sich bisher verkauft, was hat sie für eine Ausbildung und dann übernimmt sie eine Einleitung. Also da würde ich da sehr zustimmen. Vielen Dank. Ja, ich könnte eine andere Frage stellen und da aber mit einem Absatz das auch kommentieren, weil ich kann der Empfehlung sehr viel abgewinnen, weil wir so die PS erst einmal auf die Straße kriegen und wissen, okay, fährt das Auto oder fährt es nicht. Auf der anderen Seite rufen wir damit den Teams vor Ort und den Einrichtungsleitenden und Mitarbeitenden ja auch noch mal wieder mehr zu. Das muss mit Ressourcenhintergrund sein. Ansonsten ist das eine Mehrbelastung, die mehr Arbeit produziert, aber kann nicht mehr Ressourcen hinterlegt sind und das ist eine Gefahr. Ich würde aber gerne noch mal auf das Thema Priorisierung eingehen, auch wenn es jetzt vielleicht eher ein Randthema im Bereich der Übergänge ist. Aber Priorisierung, die findet ja im Grunde schleichend in den Einrichtungen derzeit schon statt. schicke ich eine Mitarbeiterin, eine Mitarbeiter auf Fortbildung oder setze ich eher die Priorität auf die Erfüllung der Betreuung, schenke ich jetzt Betreuung ein oder ermögliche ich die Fortbildung und so weiter. Das ist riesig und deshalb würde ich da gerne den Ball noch mal zurückspielen und vielleicht an denjenigen, der das Thema Organisationsentwicklung in der Tiefe kennt, wie geht man das an? Weil das im Grunde sind Fragen, die uns als Fachberaterin immer wieder treffen und diese konkrete Fortbildungstfrage, die kommt dann lauern. Wie spiele ich das am besten an? Ich habe den Koffer dabei, wo die Lösungen drin sind. De facto setzt jeder Prioritäten, weil jeder muss irgendwann nach Hause am Ende eines Tages. Also jeder setzt Prioritäten. Die Frage ist, ob das systematisch und gezielt und mit einem gemeinsamen Mindset, mit einer gemeinsamen Vorstellung in einer Organisation getan wird. Was ich gerne tue in Einrichtungen, in die ich komme, ist zu Fragen nach Zielen oder nach Prioritäten und alle sagen, ja, wir haben gemeinsame Ziele oder wir haben gemeinsame Prioritäten, dann schreibe ich mir mal auf, was die Kollegen sagen und da stehen am Ende ganz unterschiedliche Dinge. Und das ist keine Antwort. Ich kann ein Werkzeug, mit dem ich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, vorstellen und das nutze ich sowohl für meine Planung jeden Tag als auch im Monat als auch in Teams. Ich setze alles, was bei mir ansteht, gedanklich erst mal auf das Feld wünschenswert. Ich sage, all das, was ansteht, ob diese Woche oder im Team oder wie auch immer, ich habe das in großen Teams gemeinsam gemacht, wenn wir mal sammeln, was ist, jetzt steht alles an, welche Themen stehen alle an und da jetzt auch nicht, ist das vergleichbar, das eine ist viel größer als das andere, alles drauf, alles drauf, okay? Und dann die Frage zu stellen, wenn hier nachher 150 Post-its, ich arbeite da gerne mit Post-its, hängen, zu sagen, überlegt mal im Vergleich, was ist wichtiger von diesen Punkten als anderes. Wenn ich das einzelne Thema bewerte, ist das wichtig oder sogar wesentlich oder unwichtig, dann habe ich die Erfahrung gemacht, am Ende ist alles wichtig und wesentlich. Ich muss in den Vergleich gehen, ich muss die Frage stellen, ist das jetzt wichtiger als das und kann dann Post-its, wo ich sage, okay, die sind wichtiger, hier einen Kreis nach innen ziehen und das ist spannend, das können wir auch gemeinsam bei irgendeinem Thema hier gemeinsam machen, dass jemand sagt, ich werbe dafür, das Ding muss auf jeden Fall ein Fall weiter nach innen, das glaube ich ist wichtig, dann können wir darüber diskutieren und im Zentrum steht für mich das Wesentliche, das ist quasi der zweite Schritt von all dem, was hier in diesem zweiten Kreis steht, die gleiche Frage nochmal zu stellen und zu sagen, was ist wesentlicher von diesen wichtigen Punkten als anderes und am Ende sollten, ich habe die Zahl eben schon mal gesagt, nicht mehr als 5 plus minus 2 Dinge da stehen. Und dieses Bild hängt in einigen Teams oder Abteilungen, wo ich aktiv war, im Pausenraum, im Teamzimmer und mit den Post-its habe ich auch die Chance daran zu arbeiten. Ich hatte eine Richtung, eine Einrichtung, da ist mir das Herz aufgegangen, wir hatten das www, nenne ich das, für die Anfangsbuchstaben, hatten wir gemeinsam ausprobiert und dann kam Corona. Und ich hatte, ich fand das tragisch, mehr Einrichtungen, die ihre Ziele, ihre Prioritäten nicht sichtbar verändert haben, sondern einfach nur im Tun untergegangen sind und diese Einrichtung beziehungsweise das Team hat ihre Post-its ganz neu aufgesetzt und da habe ich gesagt, okay, da geht was, die haben was verstanden und es entsteht Transparenz, dass alle im Team wissen, meine Prioritäten sind auch vergleichbar zu deinen, sind vergleichbar zu ihren und es macht nicht jeder in irgendeine Richtung was, sondern man hat einen gemeinsamen Korridor, auf dem man sich bewegen kann. Das wäre ein Ansatz, vielleicht gemeinsam Prioritäten anzuschauen und wir könnten jetzt nochmal eine Stunde dranhängen und zu sagen, naja, wenn wir perfektionistisch sein wollen, dann bitte nur bei den Themen und hier braucht es gesunden Pragmatismus und hier vielleicht auch den Mut, Dinge nicht zu tun und ich male gerne diesen zweiten Ring in einer anderen Farbe und sage, wenn wir keine Prioritäten klar gesetzt haben, dann fahren wir oft abends nach Hause, die Kolleginnen und Kollegen fahren abends nach Hause und haben alle im Kopf, was wir heute doch vergessen haben. Wer kennt das? Wenn ich das umdrehe und sage, ich fühle mich dafür verantwortlich, dass das Wesentliche, also das, was auch das Wesen, die Identität ausmacht, was ganz im Zentrum steht und das, was wichtig ist, dass das heute erledigt wird, dann kann ich vielleicht nach Hause fahren und sagen, ah, guck mal, ich habe auch was von dem Wünschenswerten hingekriegt, super. Ja, also eher reduzierter, minimalistischer und klar fokussiert zu denken und sich eher über das zu freuen, was von dem passiert. Das wird hinten. Dazu tatsächlich finde, da steht aber auch, ob der Träger ganz viel mit rein, ob der Träger muss ganz viel anfangs und im Land signalisieren, was ist uns wichtig? Ist es Qualität? Oder ist es tatsächlich nur noch die Betreuung und ich finde, da sind Träger aktuell sehr unterschiedlich eingestellt und da braucht es langfristig meiner Meinung nach eine gemeinsame Richtung, die dann auch vom Landenstück vorgegeben werden sollte. Wir haben zwar einen gesetzlichen Auftrag nach vielkältiger Bildung, aber wenn wir ehrlich sind, in den wenigsten Einrichtungen kann das so effektiv geleistet werden. Vielen Dank. Meine Frage geht tatsächlich ein bisschen ähnlich wie bei dir gerade. Ich finde, es ist ein täglicher Arbeiten, wenn es darum geht, was ist hier jetzt heute, nächste Woche. Ich fand aber ganz spannend, was Sie gerade reingebracht haben, die Megatrends. Und eigentlich geht es immer darum, die kriegt man sozusagen den Spagat hin zwischen das, was ist im Alltag gerade da. Da wäre ich jetzt bei den Fachkräften, bei uns als Fachberaterin, denke ich, mir geht es ja häufig eben genau darum, auch ein bisschen strategisch nach vorne zu gucken. Und da braucht es tatsächlich auch den Rahmen, wie kann ich da gut priorisieren? Also ich denke zum Beispiel darüber nach, wie können wir viel stärken, wie die Fachkräftemangel wirken, Angebote für, kommt ja auch Männer in der Kita. Oder, also, wie kommt man da auch mal gut hin? Wissen Sie, was ich meine? Also den Spagat zwischen wie bleibe ich im Alltaglichen hängen und wie komme ich eigentlich auch die strategischen Punkte? Also das ist für mich nicht nur operativ alltäglich, sondern alles. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die Eisenhower-Matrix kennt, wichtig und dringlich. Und was ist mit den wichtigen Dingen, die strategisch total wichtig sind? Die sind nie dringend, die passieren nicht. Also ich würde wetten, in der nächsten Organisation, wo wir gemeinsam reinschauen könnten, dass die strategisch irgendwas ganz Tolles geplant haben, aber nicht in die Umsetzung kommen oder sich strategisch überhaupt nicht damit beschäftigt haben, weil der Alltag so voll ist. Deswegen nützt für mich, ich habe mich von der Eisenhower-Matrix, mit der ich lange gearbeitet habe, verabschiedet und sage, es muss am Ende alles hier stehen. Wenn das Strategische auf der entsprechenden Flughöhe natürlich, wenn ich für den Einzelnen gucke, da ist das Strategische was anderes als wie für die Einrichtung, dann muss das eben hier auch Platz haben. Wenn es hier keinen Platz hat, wird es nicht passieren. Dann werde ich es immer weiterschieben. Und deswegen ist es genau richtig, diese Frage zu stellen. Das ist die Erneuerung. Wenn wir verschlafen, was da draußen sich tut und uns die Erneuerung nicht gelingt, weil wir es nicht auf dem Schirm haben, dann sind wir Kodak. oder Nokia. Oder die CD, die es heute nicht mehr gibt. Also wir können ganz viele Beispiele nehmen, die die Erneuerung nicht geschafft haben. Ich würde zu dem Priorisieren noch eine Provokation dazustellen. sagen, ich mache Menschen in der sozialen Arbeit Mut, sich zu verabschieden von dem Bild, dass sie alles, was an sie an Anforderungen gestellt wird, auch rechtlich, gesetzlich, formal überhaupt erfüllen können. Weil wenn ich den Anspruch habe, habe ich die Sorge, dass ich viel Aktionismus habe, aber nichts wirklich in Gang kommt. Ich habe aus der Physik, ich weiß nicht, oder Chemieunterricht, ob der Begriff Aktivierungsenergie irgendwo ist. Also selbst wenn ich eine chemische Reaktion habe, die viel Energie freisetzt, brauche ich am Anfang eine ausreichend große Energie, um die in Gang zu setzen. Wenn die Energie nicht reicht, weil ich mich völlig verzettel und ich sage, ich will allem gerecht werden, dann kann ich jedem beschreiben, was ich alles tue und an welchen Themen ich überall aktiv bin, aber nirgendwo passiert der Knall, wo auch etwas wirklich in Gang kommt. Und das ist das, was ich am frustrierendsten finde. Wenn wir Systeme haben, die heiß laufen, aber da kommt nichts raus. oder wenig und alle sind frustriert und deswegen Mut zu machen und zu sagen, was nehmen wir in den Fokus und wir leben damit, dass vielleicht jemand unzufrieden mit uns ist. Okay, aber bestimmte Dinge kriegen wir in den Griff. Ich habe zehn Jahre Geschäftsführung Altenhilfe hinter mir. Das ist extrem reglementiert. Es gibt mehr rechtliche Vorgaben als in der Atomindustrie, weil es so gefährlich ist, die Altenhilfe. Und ich habe mit meinen Führungskräften gerungen und habe dafür geworben, wir halten aus, wenn Heimaufsicht oder MDK da waren und die unzufrieden mit uns sind. Wenn wir alles dafür tun, dass wir an der Lebensqualität der Menschen ansetzen. Weil wenn wir beides tun wollen, das widerspricht sich. Wenn ich hier die 1 plus mit Sternchen haben will, kann ich nicht da optimal arbeiten. Und Sie können das, glaube ich, super übertragen. Und deshalb ist diese Gelassenheit, den Satz sage ich noch mal, diese Gelassenheit und Pragmatismus bei Fachberatung, aber auch bei den Leitungskräften, das liegt mir so am Herzen, ein dickes Fell zu haben und zu sagen, ja, dich stört es, dass ich das nicht mache. Aber meine Prioritäten, das, was ich machen kann, das mache ich mit Vollgas. Und dieses Dilemma wird in den nächsten Jahren, das ist meine Prognose, noch deutlich größer, als dass das sich relativiert. Erstmal zu sprechen, wir haben tatsächlich aus dem Herzen und ich glaube, wir beide haben eben schon oft gedacht, wir würden gerne irgendwas mitlaufen lassen, um das aufzunehmen, was Sie sagen. Und ich habe dazu auch noch mal so den Impuls, was ist denn eigentlich frühkindliche Bildung? Also in den Teams heißt es ja auch immer, was wir nicht mehr schaffen. Wir schaffen keine Angebote mehr. Also was ist denn eigentlich das Wesentliche? Also der Kontakt und die Bildung mit so einem Kind. Und das ist ja das, was häufig auch total verloren geht in diesen ganzen, so wie Sie es eben auch schöner beschrieben haben, als ich es könnte, in diesen ganzen sich aufhalten mit den Themen, die wir eben alle nicht schaffen. Also der Fokus auf das, was nicht gut funktioniert und also das auch mutig zu benennen, das finde ich so, so richtig und so verstehe ich auch ein Stück weit meine Unterstützung in den Teams, dass ich da wieder den Fokus draufsetzen kann, was ist eigentlich das Wesentliche und wir dürfen mutig sein, alles andere wegzulassen. Ja. Und auch für euch selbst zu sorgen. Wir hatten noch nie so viel Burnout in der sozialen Arbeit, wie aktuell auf allen Ebenen an der Basis in den Führungspositionen. Wir hatten noch nie so viele junge Leute in Führungspositionen und da schließe ich mich an, keine Kritik an jungen Leuten, ja, aber ich erlebe das, die gehen rein, halten eine Zeit lang durch und ein Großteil schafft es nicht und geht wieder. Das ist doch nicht fair, das ist nicht verantwortungsvoll, wie wir mit den Menschen umgehen. Ja, und deswegen braucht es Priorisierung, braucht es eine gute Begleitung von jedem, der bereit ist, ob in Fachberatung oder Leitungsaufgaben irgendwo im sozialen System Verantwortung zu übernehmen. Mir fällt jetzt, habe ich gerade was geguckt, ich gebe es auch wieder ab, aber mir fällt dazu auch gerade noch mal ein, dass ich bei uns in der Einrichtung oder in dem Unternehmen das Gefühl habe, dass manchmal aus der Not heraus junge Menschen in Stellen hinein gekratscht werden, für die sie noch überhaupt nicht bereit waren, also gerade was Kindergartenleitung angeht oder eigentlich Flüsseleitung. Und das ist ja also wirklich sehr, sehr schwierig für alle Beteiligten. Ich würde noch mal einen ganz anderen Aspekt anfangen, der vorhin gesagt hat, dass die Entscheidung treffen, welches Personal eingestellt wird, ja nicht immer die sind, die wissen, was diese Person tun soll oder tun soll oder wie deren Alltag aussieht und welche Kompetenzen so nötig sind. Ich würde gerne den Bogen noch ein bisschen größer erspannen. Sie haben vorhin gesagt, dass es auch immer ein Job, der politisch ist und ich höre und erlebe, dass ganz viele, die Politik machen, die Kindergartenarbeit von vor 20 Jahren im Blick haben und von ihren Enkelkindern jetzt vielleicht mal was anderes mitkriegen, aber das sind die, die im Moment Politik machen und eigentlich müsste man so weit gehen, dass sowohl der, der die Person einstellt, mal einen Tag mitläuft oder eine Woche oder und die Politiker ebenso, weil sie nicht verstehen, was das System und wie das System sich verändert hat. Würden Sie so weit gehen? Absolut, ich gehe noch weiter, dass es auch ein Stück weit selbst gemacht ist, das Problem. also ich hoffe, ich bin nicht zu böse, aber in der sozialen Welt, auch bei den großen Wohlfahrtsträgern höre ich langsam ein bisschen was, aber für meinen Geschmack noch viel zu wenig, dass das System vom Kollaps ist, sondern ich höre, wir kriegen das gut hin, wir machen das, ah, Kürzung, ah, das tut ein bisschen weh, aber wir schaffen das schon, wir haben extrem gute Leute, wir können das und ich finde das, was wir selber beschreiben, ich nehme mich da mit an der eigenen Nase, wie unser System ist, weil ich, ich hoffe, ich bin nicht zu böse, deutlich ab von dem, wie der Alltag tatsächlich aussieht und bevor ich von dem Anderen erwarte, komm in die Einrichtung, guck es dir an, kann ich mir erstmal an die eigene Nase fassen und sagen, sind wir mutig genug, die Situation in unseren Einrichtungen mal klar auszusprechen, zu sagen, kriegen wir nicht gut hin, ich würde es mir anders wünschen, Betreuungszeiten nicht gut, Qualität nicht gut, würde ich mir alles anders wünschen, aber wir machen unser Bestmögliches, ich gehe jeden Morgen zum Dienst, um mein Bestes zu leisten. Wer macht denn das? Hand hoch. Wer traut sich das? In Politik, beim Träger, überall zu sagen, was wir im Moment tun, ist nicht gut. Ja, super. Ich komme ja gerade aus der Kindergartenleitung und bin da ja auch mit dem Gefühl rausgegangen, das läuft hier irgendwie nicht mehr rund und ich kriege das auch, also ich habe es über Jahre auch gemacht und es ist nie besser geworden, also immer nur seine Punkte angehen und ihr meint mir das, nee, das ist eh nicht System, das liegt nicht an mir als Leitung, das liegt nicht an meinem Team, das liegt irgendwie an das System und dieses System kann ich so nicht mehr aufrechterhalten, möchte das nicht mehr stützen. Aber es ist unheimlich schwer, sich nach außen hin, also über meine Wahrnehmung, sich als Kindergartenleitung hinzustellen, wisst ihr was, das ist eigentlich total ein bisschen, was hier gerade läuft, das funktioniert. weil dann habe ich ja die anderen Kindergartenleitungen, die das nicht sagen, also es ist ja meine Einrichtung, da hat die, wo es nicht läuft, weil die anderen, da scheint es ja zu funktionieren. Und ich saß letztes Jahr auf diesem Fachdruck, in so einem Arbeitskreis und habe gesagt, das ist ja auch sehr ketzerisch, ist Fachberatung nicht eigentlich was, was ein unterfinanziertes System stützt, also eigentlich unterstützen wir doch das, was Politik verbockt hat und sorgen dafür, dass es noch, oder versuchen dafür zu sorgen, dass es noch einigermaßen noch anzunehmen ist. Wir müssen ein bisschen unterfinanzieren, Fachberatung ist so, wie ich das war, immer auch unterfinanziert und irgendwie tun wir das Möglichste, damit leidend, dass die und Träger, jeden wie in Brasilien und überhaupt nur ja eigentlich, wann das niemand, das ganz nicht, oder wenigen persönlich ankreisen kann, weiß nicht, also auch das ist ein Fehler. Aber wenn wir das politische Mandat annehmen, wo die Kollegin für geworben hat, dann müssen wir einfach immer unbequem sein. Immer. Immer. Und die soziale Arbeit ist an vielen Stellen über die Finanzierung leider nicht so gestaltet, dass das leicht fällt. Also wenn ich mit dem Geldgeber irgendwie zurechtkommen muss und auf Wohlwollen angewiesen bin, ja, und ich sage, Mensch, wir möchten Nifbel kraftvoll in die Zukunft führen und möchten endlich mal eine strukturelle Förderung haben, wo klar ist, wir müssen nicht alle zwei, drei Jahre kämpfen. Wenn ich in der Pflegesatzverhandlung in vielen Bereichen Behindertenhilfe, Jugendhilfe, Altenhilfe sitze und dem, der über mein Geld entscheidet, freundlich gegenüber bin und sage, alles ist gut, das verstehe ich, aber ich halte es für falsch. Ich glaube, ich muss den Mut haben zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt hier vereinbaren. Ich sage trotzdem, das, was du mir ermöglichst, ist nicht ausreichend. Und wir haben über, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu emotional werde, wir haben in der Corona-Krise über den Kollaps im Krankenhaus diskutiert und ich habe es schier nicht ausgehalten, weil ich gedacht habe, die Einrichtung da draußen, Führungskräfte, die Dreifachdienste machen, weil sie keine Leute haben, um die Dienste abzudecken. Da spricht keiner drüber. Ich nehme es zumindest nicht wahr. Die Einrichtungsleitung, die zwei, die haben gearbeitet wie die Berserker und dann kam der Träger und gefragt, sag mal, machst du eigentlich deine Leitungsaufgaben noch? Und ich habe dann irgendwann gesagt, sei mal leise, die haben gerade genug zu tun. Aber genau nach draußen der Generationswechsel, weil wir jetzt 30 Jahre an die Dier haben, die die Villa puttern, und seit 30 Jahren geführt, und da hängt ihre ganze Ehre dran, weil ihr ganzes persönliches Leben da reingefloßt ist. Und jetzt haben wir eine Generation, die sich endlich mal davon abgrenzen kann und sagen, wir haben Live-Belle. Ich glaube, das braucht ganz wichtige neue Generationen, also das ist ein Schafen, aber das braucht endlich diese neue Generationen, die sagen, nee, Moment, ich gehe zur Arbeit und mache auch mal mehr, aber irgendwo ist auch eine Grenze. Und diese Villa puttern, die ist nicht mein ganzes Leben, sondern das ist meine Arbeit, da fließt viel Energie rein, die ich in meine Arbeitszeit aufbringe, wo ich nach Hause fahre, dann macht das Handy aus. Und das können, gerade bei uns, ganz viele von diesen alten Leitungen können das einfach nicht. Das geht nicht. Ob man denn das jetzt 20 Mal erzählt, dass das Gesetz ist oder auch hängt, die sagen, wir halten das am Lauf, wir halten das am Lauf, die Jungleitung, jetzt auch wieder ein bisschen, also jetzt werden sich auch ein Teil der Leitung, sondern Jungdenken, sehr innovativ denkende Leitung, die, da ist es endlich mal, das ist ein Problem. Und da ist es auch das große Problem noch von Kita, dass da so viele alte Leitungen sind, alte Erzieherinnen, jetzt nicht auf das verwendet die alte Haare. Also ich glaube, wir brauchen das Streiten um die Lösung für die Zukunft über alle Personengruppen hinweg und das immer wieder handreichen und aufeinander zugehen. Ich wollte nochmal sagen, das fühlt sich für mich auch ein bisschen aus Spaltung an, wir brauchen einen Dialog miteinander und ich gehöre ja auch zu den Alten und führe mein Herz brennt. Und da engagiere ich mich halt so, für wie ich mich engagiere. Und die Jungen machen es sicher anders, aber wir brauchen den Dialog miteinander und nicht die Spaltung. Ich übergebe dir einen Staffelstab als Symbol vielleicht für das Thema in diesem Jahr und damit bin ich zumindest fertig. Vielen Dank.